Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, äh, Little Project, äh, der Lukas328 ist auch dabei. Ganz ruhig Titan werden, aber, ja. Ähm, ja, was ich heute machen werde, ist eher eine komische Frage. So, und was machst du jetzt? Äh, erstmal Stromquelle und dann Messerwächer. Naja, das ist glaube ich, die Anfangssachen immer. Na, also ich habe schon hier eine kleine Stromquelle. Also ich bin jetzt auch mit einer anderen Texturpack, deswegen sieht es auch irgendwie so ein bisschen alles jetzt anders aus. Ja, eine Frage, könntest du ein bisschen Redstone leihen? Jo, ich habe sogar was. Kommst du zu mir, weil ich so mein Grundstück ist? Äh, nee, weiß ich nicht. Äh, ja, was, ich lieg zu dir, ich habe schon mehr, äh, was da? Nimmst du einen ultimativen Jetpack hier. Da. Wo, oh, da kommen Zombies hinter dir, klein, bisschen näher. Ja, ich weiß, nicht so schön. Ach, da bist du neben Dennys Grundstück. Warte, ich flieg gerade zu dir. Nein, Gott, das Zombies lauft. Warte, ich kann's auch für dich töten. Wird okay, dann nicht. Äh, hier, ich geb dir mal jetzt mal so 22 Stück. Dankeschön. Bitteschön. Ich muss heute auf, ich muss auf jeden Fall meinen, äh, Lagerraum weiter. Nur, hier ist ein Slime, hier ist ein Slime an der Oberfläche. Wie, wie geil ist das denn? Der, 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 der... Hm? Die können normalerweise nur in, wie ist das nochmal, äh, in Wünken an der Oberfläche sein. Alter, ich, ich mach so mal in der Aufnahme mal so paar Screenshots. Das hab ich mir irgendwie vorgenommen. Das steht mir ein Holt. Ja, komm hier, ja, alter, komm jetzt hier. Komm, meine Slimeys, komm, meine Slimeys, komm hier. Und die Zombies kommen natürlich, alter, wollt ich mich verarschen? Ja, ja, komm. Kennst du schon diese, diese komischen Zombies hier? Äh, diese Angry Zombies? Ja. Die sind total, äh, kacke, finde ich. In einer meiner Aufnahmen kann man das auch sehen. Da hatte ich keinen Schwert in einem so Ding, hat mich abgerissen. Fast alle meine Werkzeuge sind daran kaputt gegangen. Oh, wie kacke ist das denn? Oh, apropos Aufnahme, muss noch gesagt sein. Mhm. In der letzten, also ich hatte auch noch eine Aufnahme-Session davor. Hier ist ein Angry-Zumich, ja, was? Das erste ist, meine Tonspur ist verrückt gewesen, bedeutet, das ist total asynchron. Und das zweite ist, äh, die dritte Folge wurde von meinem Render-Programm geschluckt, das ist auch dafür verantwortlich, dass die Tonspur verrückt ist. Ja? Ja. Okay. Das ist super. Schön war. So, ich hau jetzt einfach mal auf hier mein Dings auf Normal, das kommt auf maximal 30 FPS. Musst du gerade Optify ein bisschen einstellen. Du hast auch die Keine drauf? Ja. Äh, kann man machen, aber ich kann's dir nicht erklären. Das wurde mir erklärt. Frag mal Rammler. Der, der, der kann's dir's erklären. Ähm. Wir machen die nach der Aufnahme. Ja, machen. Hatte ich im Ofen auch mal. Alter, ich hasse die ganzen... Ah, hier ist gerade ein Skelett auf mein Grundstück. Ist das nicht schön. Ich frag mich, wie die hier einmal alles bohren. Weil auf mein Grundstück ist voll ausgeleuchtet. Ja. Alter, nein. Wow. Fast tot, fast tot, fast tot, fast tot, fast tot. Fast tot, ey. WTF. Und ich hab nur noch... Ich hab kein Essen mehr. Und... Ach, die greifen sich selber an? Okay, und den Zombie kann ich nicht... Alter, ein halbes Herz, ein halbes Herz. Ich hab dir aber so ganz oft dein Kampf lieb, weil ich bin gestorben. Okay, also ich muss, glaube ich, jetzt mal hier mal ein bisschen mein Grundstück weiter ausleuchten, was ich nicht verstehe. So. Also hier ein bisschen Zaun. Ein bisschen Zaun. Oh, ne Szene. So, du siehst, alles kaputt. Also ich kann dir auch ein bisschen fuckern geben, wenn du brauchst. Ne, hab schon da. Alter, klar. Brauchst du einen Geschart, weil ich hab ein paar. Ja, ich hab zu viele. Ach, super. Ich hab, den können wir jetzt tauschen. Ja, also wir können gerne tauschen, weil Magie werde ich nicht machen. Ne, ich erstmal auch nicht. Ich wollte erstmal auf Technik gehen, weil es meiner Meinung nach besser ist. Ja, also ich hab schon Technik, ich hab schon Low Voltage, zu Low Panel und... Also ich hab schon eigentlich sehr viele Geräte. Ich hab grad einen Ofen. Alter, wirklich? Krass. Dass du mal einen Ofen hast. Ich auch nicht, komm, nach der ersten Folge. Also, also... Das ist schon krass, ey. So, jetzt hab ich mal mein Grundstück hier mal ein bisschen wieder hier gemacht. Aber ich glaube, ich spiel auf einen anderen Texture Pack, weil mit Specs Texture Pack, das ist ein bisschen kacker hier. Ich spiel hier aber mit diesen originalen ViziBeast Texture Pack. Kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Bei mir ist das originale Befall. Ja, du kannst hier in diesen Dings hier, bei diesen ViziBeast Launcher, kannst du die Texture Packs downloaden. Kann man? Ja, also nur eins, dieses Soa-Tags, ja. Du musst dann, wenn der Launcher, steht dann Texture Packs oder Textures und dann kannst du diese Soa-Tags downloaden. Und das ist extra für ViziBeast Light. Oh. Ja. Das Schlimme ist, wenn ich das Texture Pack immer wechsel, dann ist mein Minecraft ein bisschen doof. Zu mir. Nö, das gibt da manchmal keine Rückmeldung. Ah, jetzt ist es fertig. Und wenn ich auf fertig klicke, dauert es immer auch noch mal eine Minute, bis ich wieder spielen kann. Ja, das ist bei mir auch so. Mhm. Deswegen kriege ich ja in einer Woche einen neuen Computer. Musst dir vorstellen, ich nehme das alles immer mit Laptop auf, ey. Das geht gar nicht mit einem Laptop. Kann mir vorstellen. 12 FPS, ja. Oh, jetzt hast du es geschafft. Goal. So, fertig, fertig, fertig. Weil das, das... Oh, ich sollte mal was essen. Ich kann nicht... Du solltest mir noch das haben machen. Hm, ja. So solltest du gleich immer anfangen. Ähm, irgendwie will meine Tastatur nicht und ich weiß auch gar nicht, warum... Hä? Hä? Ich habe nämlich so eine Bindert... Ich schreibe mir jetzt hier gerade meinen Schreibtisch um. Warte mal. Wo soll das gehen? Äh, ich weiß nicht, was ist denn das hier? Ach, da ist es. Alter, das kriegt meine Tastatur nicht dieses Signal, weil dieser andere Teil da unter meinen Schreibtisch ist. Oh. Da habe ich auch, deswegen bin ich einfach mal so hoch oder wieder runter und dann drehe ich mich und will ich gar nicht. Oh, Alter, wie geil. Alter, das ist hoch geflutscht, ey. Wird es schon wieder Nacht? Oder regnet das? Äh, nee. Das ist okay, weil... Das ist gar nicht. Weil... Weil Regen habe ich bei Optifine mir ausgestellt. So. Ach doch, ich habe hier noch alles, ne, mein Inventar. Sollte ich mal anmachen. Ich habe zu viel Energie, mein MFE ist voll, ey. Gebt mir ein paar. Hm? Gebt mir ein bisschen. Ja, kannst gerne rankommen. Auch noch keine Energie. Ja, du kannst die Sachen dir erstmal hier machen, wenn du Bock hast. Weil ich habe zu viel Energie. Ähm... Du weißt aber immer noch nicht, wo ich glaube, wo mein Grundstück ist, ey. Das ist das große weiße Haus. Oder das angefangene Haus. Okay. Suche ich dann gleich mal. Das ist eigentlich näher der... Äh, nee, Dings hier. Neben dem... In der Nähe. Ich muss aus dem Augen meine Kissen jetzt mal einsortieren. Kann da weg... Und dann gibt es da so einen kleinen Eingang. Neben dem Feld. Neben so einem Weizenfeld. Ich frage mich, wie so ein Ofen in meiner Erzekiste ist. Das kommt darin. Da. Da. So. Hm. Was ist? Ja, ich rede halt mit mir selbst hier an, wenn ich mich machen muss. Ich rede auch immer mit mir selbst. In den Aufnahmen. Nein, nein. So. Das ist immer schwierig, wenn man alleine aufnimmt. Ja, ja, das mag ich irgendwie auch nicht bei, ähm, Vizi Beasts oder so, bei so'n Sachen. Wo man eigentlich sehr konzentriert ist, das zu bauen. Dann eigentlich nichts sagt. Kennst du ne Mining Drill? Äh, ja, Tennis. Die ist voll cool. Ich hab mir jetzt ne Diamond Drill gemacht. Das geht so schnell. Wie kann der eigentlich mehr als normal? Äh, die, also die Diamond Drill ist eigentlich, die baut einfach Sachen schneller ab. Okay. Halt, also so wie ne Effizienz-Spitzhacke. Aber da, also für die, äh, Diamond Drill brauchst halt drei Diamanten, das geht eigentlich. Finde ich. Ja, ist wieder ne unendliche Spitze zu dann. Ja, siehst du, und das ist dann, da, dafür, also, also, dass man dafür dann drei Diamanten verschwendet, das ist eigentlich voll, finde ich voll in Ordnung. Ja, eigentlich schon. So, ich muss, ich, ich werde jetzt hier mein ganzes, mein ganzes Grundstück, äh, äh, unter Dingsen unterbauen. Das wird ja'n schönen Arbeit werden. Nein. Was ist? Hab ich's aufgehoben, hab ich's aufgehoben? Ich muss nicht. Ich muss hin. So, warte mal, gucken wir mal. Ah, alter, perfekt auf die, perfekt auf die Höhe gegraben. Ey, wie krass ist das denn, ey? So. Ich mach, ich mach jetzt so'n riesen Raum hier. Aber die, äh, die, 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 äh, Diamond Drill, die braucht mega viel Energie, also, die verbraucht mega viel Energie. Ja, glaube ich. Aber du kannst auch natürlich auch verzaubern. Die kann man so. Ja, mit Büchern war das. Ja. Oder? Mit Büchern kann man die verzaubern. Ich, 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 ich will versuchen, Haltbarkeit drei zu kriegen. Weil, dann bist du mega gut. Und du kannst nur Effizienz drauf hauen. Wieso Haltbarkeit auf Nanny Drill? Na, weil, ähm, ne, die Haltbarkeit, ich meinte von der Energie. Ich glaube, da kann man sogar so Haltbarkeit drauf hauen. Verstehst du? Ja. Das, das, das sie sich einfach länger hält, wenn du abbaust. Oh. Okay. Ja. Weil, weil die Frau braucht so viel Energie, dann, glaube ich, dann kann man sogar Haltbarkeit drauf batschen. Ich geh das so schnell voran bei mir und ich weiß grad nicht, wer sich in der Süssenschein machen soll. Ne? Ja, rumhüften will ich auch nicht. Ich hab keine Essen mehr. Komm her. Ja, warte, ich muss nur um das eine Ding, obwohl, ne, oh ne, ich soll das blieben. Oh, mein Ohr, Alter, ähm. Das, ich, ich, ich hab irgendwie letzte Aufnahme meine, äh, Kabel so, äh, mein, von meinen, von meinen LV-Solarpenner, meine Kabel irgendwie so falsch angeschlossen, äh, dass das nicht durch den Transformer ging, sondern genau zu den Geräten und die ganzen Geräte sind kaputt gegangen. Aber das Gute ist, ich, gut, das Gute ist, das war, ey, darauf habe ich mich so oft geredet, aber das Gute ist, ich hab's, ähm, in einer Folge hab ich die Geräte wieder, also, hab ich sie wieder bekommen. Ja. Ja, ist trotzdem ärgerlich. Ähm, das ist mega ärgerlich. Ich frag mich, was heute mit meiner Aufnahme ist, die mag mich nicht. Achso, willst du ein bisschen Essen haben? Warte, komm. Ja. Bisschen Brot kriegst du. Danke. Bitteschön. Achso, und die Energiesachen, die sind hier unten, aber da, du hast ja noch kein Jetpack, war? Ne, noch nicht. Warte mal, dann, dann baue ich hier mal einen kleinen Weg hier nach unten. Äh, warte mal, ich muss mal ein bisschen gucken hier, so. Da, da. Oh, okay. Da. Warte, geh mal ein bisschen zurück. Ich baue jetzt hier eine Styler-Trap hier nach unten. So, warte. Ah, so, jetzt. Äh, ja. Das ist ein bisschen meine Geräte. Aber ich muss, glaube ich, mal meine Turtle wieder anschmeißen, weil ich hab zu wenige Rohstoffe. Ja. Also, unten ist die Kiste eigentlich, die da drunter, das in die Erze Kiste. Ja, das ist mir so mit auf dem Schad. Ja, ich hab übertriebenes Fehler. Die brauche ich aber eigentlich nicht. Gibst mir kann ich handeln. Hm? Gibst mir kann ich dann handeln. Ja, ja, dass du dann handeln kannst oder was. Ja, genau, aber ich nicht. Ich denke, sie dir. Genau. So, wieder mit 15 Brot hier. Achso, wenn du ein paar Sachen rennigst, also du kannst die Energie hier verwenden. Aber ich muss wieder mein Dings hier aufladen, meine Mining-Duel. Ja. Nein, noch hab ich nix. Ah, ja. Noch hast du nix. Was ist? Ich muss mit so einer Hose laufen. Äh, ja, gleich. Äh, ähm. Okay, ich spreche. Warte mal, warte, 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 was wollte ich jetzt eigentlich in der Aufnahme machen? Ich laufe hier die ganze Zeit schon rum. Äh, mein Lagerraum hier aus, ja, mal so mein Raum hier. Und da eben mein Haus. Warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Warte mal, da kommen Geräte hin. Äh, vielleicht werde ich es auch verlängern. So, mal dann so bis hier. Stein. Stein, Stein, Stein. So, bis da kommen jetzt Geräte hin. Copper Cable sollte ich noch haben. Wo sind meine Copper... Äh, Leute, ich hab ein Copper Cable. Was ist denn das da? Und an meinem Project Cable kann natürlich auch noch was dran sein. Ja, toll, noch ein Copper Cable. Hm, schön. Oh, ein Zombie, ein Zombie noch weg. Ach, Zombie. Äh, ähm, wenn du einen Geothermal Generator brauchst, dann kannst du zu mir kommen. Ich brauche keins. Also viel, also jetzt noch nicht. Ich hab kein Copper Cable mehr. Kein Copper. Ich hab allgemein kein Copper mehr. Und ich brauch Flint. Flint war mal... Ich hab, ich hab... Wie viel Flint hab ich? Oh Gott, ein Creeper. Ja, und eine Spende, das ist eine gute Lösung. Äh, ich hab zwei Feuersteine nur noch. Ah, schade reich. Ich glaube, es bringt nichts, hier war. Jetzt habe ich noch mal gefunden. Ja. Also, also, wer will, also... Oh, Spender. Und da war auch, oh, es ist ja auch gerade Nacht, ne? Merke ich sogar. Juri, Nacht sind wir noch in der Höhe nicht mehr. Ja. Ich hab' ich die Höhe gefunden. So, meine... Meine Waba-Bäume... Dingsen. Beute, der Ende ist übertrieben hochgewachsen. So. Mit dem Pinelbau? Äh, keine Ahnung. Also, ich hab's noch nicht gebraucht. Boah, meine Fresse. Ach, was denn? Stirbst du da hinten gerade? 50 Milliarden, ja, ja, ja. Warte, warte. Nicht der Mord, bitte geh weg. Wieso bist du auch... Komm, 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 komm. Ich hab mal ne Frage, wieso bist du in der Höhle ohne Ausrüstung? Ich hab'n Ausrüstung, ich hab'n Helm. Boah, krass, ey. Na gut, okay, ich hab' ja auch nichts anderes, aber dafür hab' ich halt mein Jetpack. Da kannst du halt in der Höhle mal hochfliegen. Ja. Ich brauch' doch nur einen Flins. Ne, drei Flins. Ach, oh, das ist ein Schart. Was, ein Scharf? Ein Schart. Achso, ein Schart, ich hab'n Scharf verstanden. Ich hab'n Grün, ich hab'n Grün. Ich hab' auch übertrieben viele, also... Also, wer Scharts braucht, der kann zu mir kommen und einmal handeln hier. Ja, ich glaub, ich mach' vor meinem Grundstück was in der Handelskiste. Ja, oder halt ne Kiste, wo die sich halt die Sachen rausnehmen können. Ja, oder das. Aber das wär' eigentlich sehr unnütz, weil... Naja. Und so, ne. Und noch ein Wobber-Tree-Receptling, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt hab' ich schon drei Wobber-Trees. Und ich muss mein Haus, äh, vergrößern. Oder eher mal bauen. Weil, ich hab' ne Hülle gefunden, wo extrem viel Marble ist. Marble? Was ist überall? Marble ist halt ein Stein, also so wie halt Staunen oder so was halt. Ja. Und, 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 und damit baue ich mein Haus, weil ich extrem Marble lieber, allgemein auch Quarz in der 1,6 oder so. Ja, ich hab' die Marble. Ja, es ist ja auch eigentlich, bloß halt, wird halt nicht Marble genannt. Äh, was wollte ich jetzt nehmen, ich brauche, ähm, ein Dingschen, na how. Ah, na how. Äh, ja. Jetzt mal mal dringend in die Kiste, wo sind noch keine einzige Kiste? Boah, ich muss mir mein Long-Fall-Boots machen, das glaub' ich's nächster. Ähm, hinten nicht so gut. Ne, wieso nicht? Warte, man kann einfach den Hoover-Mode kurz anmachen, dann. Ja, aber, das doof ist ein Hoover-Mode, du steigst extrem langsam nach oben und halt auch nach unten. Ja, dann kann man ihn wieder ändern. Ja, das ist mir aber zu, äh, das ist mir aber zu viel. Ja, da, ja, egal, egal, ich sag' nix mehr. So, nächster Stack hier. Ich müsste eigentlich einen zweiten Electric Furnace machen. Alter. Da ist endlich mein Nether-Water, bin du gut? Alter, du hast ein Nether-Water, krass. BDF. Bin du gut? Nimmst du noch lange auf, Frage? Äh, weiß ich nicht, komm doch an. Wett. Also, ich... Wie lange du noch willst. Ja, also, ich will eigentlich lange auf. Äh, ich hab ja schon 28 Folgen, also jetzt ist bestimmt die neunundingste Folge. Und ich bin eigentlich muss entweder heulen oder morgen kann ich noch mal hochladen. Ja. Ach, hast ja noch keine Oben war. Nee, noch nicht. Oh, Alter, mit dem Default-Texture-Pack geht's auf jeden Fall viel besser. Ich spiel jetzt, glaube, mit dem Default-Pack, weil... Mit Texture-Packs ist es noch nicht so hier. Ist noch nicht der Trialm hier. So. Okay. Ähm. Ein bisschen kann ich hier noch ausheben. Und das ist ja so Grenze. Ey, hier ist Grenze, ey. Ist mein Land hier. Also, wenn du Energie brauchst, dann kannst du auch, äh, meine Energie benutzen, wenn ich auch nicht mal drauf bin. Auf dem Server. Nur so gesagt, weil... Ansonsten nimmt sich einfach mal welche Energie, obwohl du dir selber die Energie brauchst, halt. Mhm. Ist ja blöd. Ja. Also zumindest ist es bei meinen Dings hier, bei meinen ersten, bei meinen, äh, mit meiner Badbox, weil die sich auch so langsam auflädt. Das ist halt dann... Das war halt ein bisschen kacke, immer, wenn sich da welche... Tja, so vieles, ne, Ramla. Warte, äh... So. Äh, ja. Warte mal so, batsch, batsch. Ja, sehr interessant, ein Haus zu bauen. Mach ich ja auch gerade, so. Gute, noch einer on. Ja, Koti, ja. Koti? Ja, den nennen wir immer so. Viel... Spaß. Also, äh, meinst du jetzt Ramla oder Dr. Koti LP? Koti. Ja, Koti. Den nennen wir immer so. Weil, äh, es ist viele... Wir machen viele Wortwitze darüber. Zum Beispiel, ähm, ja, ist ja scheiße. Ich glaube, mit dem muss ich mal aufnehmen und das dann auch machen. Man muss, man muss mal, muss mal sagen, also, also heute nehme ich ja mit Koti auf, na, das wird ja scheiße. Musst ja... Man muss halt mal ein paar Wortwitze bringen, oder? Das, äh, das ist schon... Ja, das macht eigentlich jeder von uns. Boah, das hat nur mal geschrieben. Hm? Was ist das? Das hat mich mal geschrieben. Zum Glück hab ich mich abgeschreckt. Boah, ist das zu dunkel hier. Ja, es ist irgendwie voll auf Nacht. Ja, ich verstehe es irgendwie auch nicht. Hammergeil. Äh, ich glaube, heute ist es ein Standardspruch. Hammergeil. Oh, meine, meine Mining Drill muss ich schon wieder aufbauen, ne? Äh, aufbauen. Aufbauen. Aufladen. Das, das doof ist, äh, da, 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 dass die nur, äh, zehn Dings hat. Ja, gibt's nur warum. Ja, ah, ja. Ich glaub, ich hätte die Kohle doch nicht fliegen dürfen, weil ich hab fast keine Kohle mehr. Oh, hier gibt's ne Electrical Engine. Was? Ja, ich hab die Entdeckung super nicht. So, bauen, 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 bauen. Krass warm. Oh, ich wundere mich, warum jetzt kein Holz dabei ist. Hab aber im Inventar drei Septings. Ja. Ja. Krass. Krass. Krass, ey. Oh, ich hab, äh, rote Shards gefunden. Oder orangene, glaube ich. Warte, ist ein Fire Shards. Und Copper. Und Copper, Copper, das braucht man eigentlich am meisten hier, finde ich, bei 4CBs. Copper und Wabba. Ja, eigentlich schon. Oh, jetzt ist er weg. So soll er weg, ja. Mag er uns nicht mehr, hat er uns verlassen. Oh. Ja. Gibt's dir ne Black Hole, Schwest? Was? Nicht. Na. Oh, well. Oh. Oh, das geht ja hin schon schnell. So, hier kommt jetzt mein Geräterraum hin, so. Jetzt hab ich so ein kleinen Gerät... Ich krieg keine Black Hole, Schwest. Mein Ladersystem funktioniert nicht. Oh, well. Wieso nicht? Was machst du? Du bist kompulverleise bei mir. Ja? Krass. Ja. Ist er scheiße. Ahahaha. Ich glaub, ich glaub, ich schreib gleich mal Absicht hier und schreib den, ist er scheiße. Ja. Krass, ey. Voll kratzkrank, ey. Was macht denn Koti? Jetzt ist Koti bei mir. Und was macht er? Tja, der guckt gerade bei mir, was ich so alles hab. Hi. Ah. Langeweile schieben. Danke. Ich kann meinen Glück. Aber was, 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 was daran so schick. Also aus dem so teuer ist hier nicht. Alter, das, das, ich muss hier alle Tiere ausheben und nee, das kotzt mich so langsam an, ey. Gibt's nicht, gibt's nicht so eine Art Jetpack, was die ganzen Geräte im Inventar auflädt? Äh, du kannst dir einen Solar-Helm bauen. Ach ja, ein Solar-Helm, aber ich meinte, dass halt dieses Mining-Villen-Inventar irgendwie aufgeladen wird. Ach so, ja, ähm, Bedpack oder Ladpack? Ladpack ist das bessere. Ja, kostet die vier? Äh, das Ladpack kostet einen Advanced Circuit und drei Ladestopsy-Blöcke. Oh, okay, okay, nee, das ist Koti, der halt so viel Scheiße macht, aha. Der hat ne Exos-Film. Warte mal, das muss ich auch nochmal weghauen und ich nehm gleich eine halbe Stunde auf, deswegen werde ich mal kurz ne Folgenpause machen, also die Folgen, mein, mein, nehm ich so immer, so schneidig, so komisch, irgendwie voll, so. So, Geräteraum, ach, die Kisten muss ich eigentlich auch noch alles umpflanzen, ey. Oh, warte. Gesundheit. Dankeschön. Und das hat nur, und das hat es aber nicht mehr geschafft. Ich bin mir ruhig bei Leid. Ja, ja, das, das geht nicht, da, da, da bist du draußen jetzt. Ja, direkt Gefängnis. Ja, schau. Das ist Gefängnis. Also jetzt, die nächsten drei Folgen nur Gefängnis, ne? Tut mir leid. Ja, ich, wenn ich Gefängnis wäre, dann würde ich halt die Folge so lange machen, bis man aus dem Gefängnis halt raus ist. Weil sonst ist ja kacke, wenn du da zehn Folgen Gefängnis machst. Ich glaube, ich würde einfach eine Einbekundenaufnahme machen, die mit meinem, äh, Ding so lang ziehen, dass alle denken, wirklich, der hat drei Stunden im Gefängnis, oh, der hat es aber ausgehalten. Ja. Und gut ist. Ja. Gut ist. Aber Zeitraffer darfst du halt nicht machen, ne? Kein Zeitraffer, so langziehen. Und einfach lang. Fehler in der Regel, haha. Ja, steht nicht in der Regel, stimmt. Mann, ey, ich weiß nicht, wie ich das hier unten bauen soll, ey. Ich glaube, ich baue jetzt, äh, ein Mining Turtle-Dings hier, glaube ich, hierhin, was da? Ja. Man kann die Frage, kann man eigentlich Sachen, die außerhalb der Stadt sind, abbauen, oder nicht? Na, na klar. Äh, erst so ab 50 Blöcke halt, ne? Das ist so, nicht so gleich, wenn du draußen bist, gleich alles weggemacht wird. Ja. Also so, na gut, okay, äh, hast du dir in der Mitte, mit der Minimap, äh, so einen Punkt gemacht, am, am Brunnen? Ne, ich hab nur in meinem Haus gemacht. Ja, okay, dann mach von deinem Haus 50 Blöcke und dann ist es okay. Und das kann ich dann gleich auch noch machen. Ja. Hm, hm. Ich bin scheiße jetzt hier, was ich hier mache. Ich hab jetzt nicht so, ich hab's jetzt nicht zweideutig gemeint, ha, ha. Äh, ich hab keinen Stein mehr. Oh, Kohle. Komm zu mir. Ich bin, ich bin heute mal so, 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 zial. Ne, ich will dich nicht ausbeuten, dann. Dann nicht. Ey, du kannst doch meine Energie benutzen, dann kannst du da alles braten. Ja, ich brauch keine Energie, ich brauch nur, oh, Gott. Was? Gott? Nein, Gott brauch ich nicht. Oh, schade. Äh, ne, ich, ich baue jetzt mein Haus, weil dann fliege ich jetzt zumal, zu meinen, äh, bösen, äh, zu meiner Höhle, wo ganz viel Dings ist. Nein. Nein. Nein, ich hab gefällt, ich hab so gefällt. Äh, mein MFE. Was ist denn? Warte mal. Abgebaut? Ja. Aber ich kann's wieder setzen, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das gesetzt hab, ne? Nein, ich kann mal zu dir kommen, dann kann ich dir helfen. Ja, also ich, ich muss ja nur den Punkt richtig setzen. Ja, der Punkt musst du dir in Maschinen zeigen, wenn du zwischen FV-Transform hast, ist das in Ordnung. Ja, ja, ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt am besten hinkriege. Ne, das ist falsch. Oh, die nur Ranch, wo du bist. Ja, ich weiß, die Ranch, aber du musst es erstmal hinkriegen, den richtig zu setzen. Das ist ja die hohe Kunst. Ne, das war fail. Ich, ich, ich hab ja auch ne Electric Ranch, deswegen. Ja. Es geht ja, also, also mit der Ranch, ey, die geht so schnell kaputt, find ich. Ne. Habt du das jetzt in meinem Single-Pan noch nie kaputtgekommen? Ne, ne normale Ranch. Ja, davor war ich immer, also, bevor ich die kaputtgekommen hab, war ich immer mit ner Electric Ranch schon dabei. Ja, aber ich weiß nicht, aber ich find die, die geht sehr schnell kaputt. Ja. Ähm, wo, 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 wo muss denn der Punkt nochmal hinzeigen? Zum, zum LV-Transformer? Oder zu? Okay. Ja, aber der kriegt bisher eh noch keine Energie, oder ist es nachts draußen? Ach, scheiße. Ne, ist doch Tag, regnet, wa? Oder? Ja, mir regnet es nicht. Ne? Oder ist es nur Tag. Hä, aber der, aber, ach so, okay, ich find das ist ein bisschen fail. Äh, okay, jetzt. Das war eben echt fail, was ich eben gemacht hab. Ich, ich hab gerade über mein Solarpanel ein Block hingebaut, weil es ist ja alles unter der Erde bei mir, der Solarpanel. Ja. Okay. Oh, jetzt hält dir eigentlich mal ne Kiste. Ne Kiste? Ich ging aber schnell. Alter, krass, ey, in erster Folge ne Kiste. Ne, die dritte. Alter, boah. Nein. Oh, ich hab jetzt fast mit der Mining-Devill abgebaut. Ist nicht gut. Äh, Alter, ich weiß nicht, wo das hinkommt, der Punkt. Ich, ich weiß nicht, ich krieg das irgendwie nicht hin, den Punkt. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen Koti. Koti. Oh Gott, das ist der beste Witz, den ich je gehört habe. Ja. Krass, ey. Und der, der Witz ist schon flach, ey. Ist ja Dr.Code LP. Ey, der Punkt zeigt immer zu mir, also, also muss ich. Ah, okay, wenn der Punkt immer zu mir zeigt. Warte mal, dann baue ich mal hier mein Dings hier ab. Ich schlade nochmal kurz meine Electric Ranch auf und dann, warte mal. Los, komm, lade, 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 lade. Lade, 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 lade. Boah, dauert das lange. 9000 12.000 liter ach du scheiße das ist nicht gut wenn du bei mir bist ist nicht gut fertig okay also müsste ich den lv-transformer scheiße okay das wird jetzt eine arbeit werden jetzt habe ich es geschafft geil so und die drei punkte vom lv-transformer müssen natürlich zum dings zeigen war so ja und die kriegen energie ich bin so gut doch was hast du gemacht zwei kiefer und ein zombie und irgendwie sind echt scheiße man hätte gar nicht mal bb gesagt voll kotisch ja sofort bis denn ich seine regeln stehen wenn du nicht bb sagt bist du gefängnis da wäre ich dafür ja ich auch so ich mache jetzt ich habe gar nicht mehr die aufnahme beendet ich bin jetzt kurz die folge wieso wir sehen uns nächste folge haut rein ciao w w w w w w Vielen Dank.